Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Heute graden wir mal ab vom Noob-Tor zum Gott-Tor. Wir starten mit diesem Noobie hier und mit jeder Zone, die wir überleben werden, bekommen wir eine stärkere Version von ihm, um am Ende den epischen Sieg zu holen. Lasst gern kostenlos ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefällt. Schreibt auf weitere Helden rein, mit denen wir das Ganze noch machen können. Und wenn du mal wieder im Itemshop bist, dann wäre es geil, wenn du mein Creator-Code Wannabe eintragen würdest. Okay, Freunde, wir starten direkt rein mit unserer billigsten Version, Fat-Tor. Guck mal, wie der aussieht. Viele von euch kennen den ja wahrscheinlich noch aus den Avengers-Filmen. Und da hatte der gar keinen Bock drauf zu kämpfen. Er hat sogar noch Pommes in seiner Tasche drin. Ganz wichtig, wir dürfen hier nur graue Waffen verwenden, die wir jetzt gerade nicht finden werden. Oh Gott, doch, da ist eine. Und wir müssen die erste Zone überleben, denn nur dann werden wir unser Upgrade bekommen. Es ist egal, wie viele Kills wir machen. Es zählt am Ende nur, ob wir das überleben werden. Ey, hier ist schon einer. Ey, was machst du denn hier? Lass mich in Ruhe, Digga, ich will meinen Pommes hier essen. Draußen bei Maus. Hä? Hallo? Verpiss dich jetzt mal. Verpiss dich. Ey, was schießt denn hier auf mich? Lass mich in Ruhe weiter essen. Hast du vielleicht ein Bierchen für mich? Oha, übertreib mal nicht. Nur weil ich jetzt gerade nicht so aussehe wie Thor, heißt das nicht, dass ich Thor bin. Hä? Warte mal, was labere ich hier? Guckt euch mal meinen Hammer an, den ich dabei habe. Das ist die Billow-Version von meinem mythischen Hammer. Von meinem gottgleichen Hammer. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Ärger hier. Oha, es geht direkt ab. Die wollen mich tot sehen. Das sind meine Erzfeinde. Die anderen Leute aus meinem Königreich. Verpisst euch. Oha, wie meinst du hier komplett ernst? Lass mich hier noch ein bisschen mein Bierchen schlürfen. Stabiles Bier. So, jetzt machen wir ein bisschen Ablenkung und verpissen uns. Haut rein, ihr Dullis. Oho, der kommt. Oh, dann machst du die Rechnung ohne mich. Wenn du das glaubst oder nicht, ich bin einer von den Avengers. Oho, da ist noch ein Maid dabei. Junge, übertreib doch nicht. Beruhig dich mal wieder. Ja, ich bin nicht so schnell wie früher. Ich hab jetzt einen Bierbauch. Machen einfach Trick 17. Let's go. Ich hab immer noch meine Tricks und Knippe an Bord. Wenn du Ärger machst, dann hol ich meinen Bruder Loki. Oha, wo kommst du denn jetzt hier hoch? Ein Problem, Freunde. Ein Problem. Wir sind immer noch ein Avenger. Auch wenn wir nicht so aussehen. Bei uns geht's heute um Bodyshaming und Mobbing. Hat der eigentlich einen Bademantel an? Was? Das ist ja schon 12. Wird Zeit für meine Capoeira-Übungen hier. Wie lange geht die erste Zone überhaupt? Geht noch 1,40? Und dann müssen wir noch drei Minuten überleben. Das wird Hardcore werden. So, reicht jetzt auch wieder. Wird Zeit für ein bisschen Stärkung. Lecker, lecker. Geht denn da hinten ab? Das Wildschwein jagt den Wolf? Hä? In welchem Universum bin ich denn gelandet? Wenn er jetzt noch heil kommt, drehe ich richtig durch. Hallo, Leute. Macht ihr mal ein bisschen Ärger hier? Wurde gezwungen von den Avengers ein bisschen was für Heldentätigkeiten zu machen. Oh Gott, wir haben einen Zwischenfall in diesem Wohnhaus. Was geht dir vor? Ruhestörung? Das gibt eine Anzeige. Oder eskaliert das ein bisschen? Oha, da ist ja sogar die Wand weg. Ich komme jetzt rein. Oha, ich komme doch nicht rein. Was machst du denn hier? Tschüss. Die Waffe geht ja richtig ab. Welche sind deine Schnauze, Alter? Bevor ich mich hier vergesse. Wir müssen noch zwei Minuten lang überleben. Tut mir leid, aber du musst jetzt mal wirklich weg hier. Sieht ja irgendwie ein bisschen mehr aus wie Uwe. Kann das sein? Oh, es ist ruhig geworden. Hallo? Ich habe ein bisschen Angst alleine. Aber ich komme trotzdem rein. Verstecken sich hier irgendwo. Was treibt denn ihr hier, hä? Seid ihr Superschurken? Oh, oh. Da ist schon einer. Oh, oh. Das ist gar nicht gut. Ich muss mal Trick 17 machen. Uh, super Heldenfähigkeiten. Oh, oh. Das sind zwei Stück. Das ist gar nicht gut. Ich will nicht sterben. Stellt euch mal vor, ich sterbe einfach direkt. Video Ende. Was guckst du denn so komisch da vorne? Wow, da kommt noch einer. Das ist gar nicht gut. Wie viele sind hier? Das ist mein verrückter Bruder Loki gerade. Der macht nur wieder Schabernack. Alter, wie viele Gegner. Komm mal runter, Alter. Drehen wir nicht direkt durch? Komm runter. Der hat wehgetan. Der hat richtig wehgetan. Ich sag euch, ich merke langsam, je näher ich an die Zone rankomme, desto stärker werde ich. Ey, du Schimmelpeter, komm mal runter, bevor ich mich hier gleich verliere. Dann komme ich hochgeflogen mit meinem Hammer. Wobei der jetzt keine Anstalten macht, abzugehen. Oh mein Gott. Was macht der denn da? Auto so machen, ich mache so, aber irgendwas. Nimm das hier. Ich sag euch, diese Waffe ist geil. Die ist todesgeil. Ich liebe sie langsam. Oh, oh, das ist gar nicht gut. Werden wir das überleben? Ich muss jetzt mal schnell in dieses Auto rein. Das bestärkt man von den Avengers. Wir sehen uns in der Zone. Und zwar wurde mir tatsächlich mein Auto im Urlaub geklaut. Es ist Zeit für ein Upgrade. Spaß, es ist doch gar nicht so weit. Oh, oh. Lass ich die noch killen? Komm, ich fange die ab. Oh, oh. Nein. Was tue ich? Ich werde doch sterben. Nein. Wir müssen in die Zone. Oh Gott. Zieh, Bruder, zieh. Er ist leider nicht der Schnellste. Er hat noch Pommes dabei. Wir haben es geschafft. Merkt ihr das, Freunde? Es wird Zeit für ein Upgrade. Wow. Es hat funktioniert, Freunde. Wir sind eine weitere Version von Thor geworden. Ey, dieser Skin sieht richtig geil aus. Und für die Leute, die es noch nicht wussten. Ich bin Gott des Blitzes und des Donners. Es ist kein Zufall, dass der Tornado hier ist. Wir werden jetzt reingehen und versuchen, die nächste Zone zu überleben. Übrigens habe ich ein kleines Upgrade bekommen. Ihr seht da unten schon. Meine Waffen sind diese Runde grün. Das heißt, wir dürfen nur mit grünen Waffen diese Zone spielen. Und müssen wieder versuchen zu überleben. Oh mein Gott, ist das heftig. Tschüss. Guckt euch das an, Freunde. Ich bin der heftigste Tor in dieser Runde. Auf geht es. Diese Waffe ist ja mega geil. Hier vorne sind welche. Jetzt gibt es Ärger. Und es kommt noch härter, ihr Schlingel. Spielst du gerne vor, Guys? Ich glaube gleich nicht mehr. Oh, oh. Geh down. Dankeschön. Kein Problem. Was ist mit dir hier unten? Du willst auch down gehen. Kann das sein? Ich glaube nicht. Müsst du ein bisschen aufpassen. Denn die Gegner werden natürlich auch immer stärker. Uh, der hat gesessen, Alter. Komm schon, geh down. Ja, ich verkack's. Er lebt immer noch. Geh doch endlich down, Bruder. Was ist denn los mit dir? Geht euch mal die Waffen von denen rein. Er hatte sogar eine mythische Waffe. Das Problem ist halt nur goldene und mythische Waffen. Ich darf nur Gotthor benutzen. Wir bleiben diese Runde bei grün. Aber wir könnten theoretisch auch Waffen austauschen. Oh, ich glaube, ich mach das sogar. Wir lassen die Waffe hier und nehmen das Hammersturmgewehr mit. Oh, hallo Kumpel. Was machst du denn hier? Es wird Zeit, unsere Fähigkeiten einzusetzen. Uh, die werden wirklich immer stärker. In einer Minute und 38 wissen wir, wie stark wir wirklich sind. So, wir setzen jetzt den Rift ein. Wir benutzen unsere neue Flugfähigkeit. Oh mein Gott, Freunde. Guckt euch das an. Wir fliegen einfach über die Fortnite-Karte. Das ist zu gewaltig. Das ist zu krass. Ich sehe hier Fights. Ich sehe Fights. Die Frage ist jetzt nur, werden wir uns einmischen? Wir müssen uns einmischen. Wir sind ein Avenger. Wir müssen hier für Recht und Ordnung sorgen. Was treibt ihr hier? Ey, da vorne ist sogar Laserbeam. Was machst du denn hier, Bruder? Schikanierst du andere? Uh, er ist schon down. Wie sieht es bei dir aus? Oh mein Gott, er hatte keine Chance. Er hatte keine Chance. Habt ihr das gesehen? Diese Thor-Version ist bereits schon viel zu stark. Oh, oh. Ich bin so stark, ich habe einfach eine LKW mit in die Luft geschmissen. Hier ist noch einer. Willst du Thor killen? So einer bist du also. Du wolltest mir in der Luft auflauern. No, 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 no. Alter Schwede, was passiert hier? Ich sage euch, so eine Thor-Version hat Fortnite noch nie gesehen. Wir sind bereits jetzt zu stark. Das wird einfach in der nächsten Runde passieren. 20 Sekunden noch. Und wir fliegen über die Karte drüber. Sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Wir haben es geschafft. Ich gehe jetzt einfach in diesen Müll einmal rein. Wir werden das Upgrade durchführen, Freunde. Macht euch bereit. Es ist Upgrade-Zeit. Und nächste Version. Wow. Wie sieht sie aus? Wie krass ist dieser Thor denn? Ja, da ist direkt einer. Sollen wir den snacken? Nö. Tschüss. Guckt euch diese Version an, Freunde. Wir sind einfach die Comic-Version von ihm. Und wir haben einen richtigen Hammer dabei. Let's go. Wir können jetzt übrigens mit der Spider-Fähigkeit hier ein bisschen rumfliegen, Freunde. Die habe ich mir von Peter Parker ausgeliehen. Und ich bin gespannt auf, was die Leute hier treiben. Hallo, Bro. Was treibst du denn hier unten, hä? Oh, das war gar nicht so schlecht. Versteckst du dich jetzt da oben? Wir werden das gleich Trick 17 machen. Mit meinen neuen Spider-Fähigkeiten werde ich dich von oben fertig machen. Uh, damit hat er nicht gerechnet. Man sieht sich immer zweimal im Leben, Bruder. Ich habe ihn übrigens eben schon gefunden. Und jetzt wirst du drauf gehen. Hau rein, Alter. Wir schalten ihn kurz aus. Obwohl wir sich versteckt. Haha, er hat noch Hoffnung gehabt. So nicht, mein Freund. So nicht. Hier ist doch einer. Hä? Iron Man, was machst du denn hier? Wieso fährst du das Boot an Land? Oha. Was geschieht hier gerade? Hier ist eine High-End-Gold-Version. Ey, wir sind noch nicht so weit. Ich muss noch ein bisschen aushalten. Aber warte mal. Wir haben schon zwei Kills am Start. Das heißt, wir können diese Version hier upgraden. Macht euch bereit, Freunde. Ich hole die Blitze von oben. Wir machen Tor noch stärker. Die Blitze laden sich gerade auf in meinen Körper. Und guckt euch das an. Oh mein Gott, Freunde. Tschüss. Guckt euch einfach diesen geilen Tor an. Ey, ich sag euch. Wenn jetzt hier ein Gegner kommt, den werden wir den Arsch aufreißen. Gegner, wo seid ihr? Ich habe noch eine Minute 15 Zeit. Es geht nicht mehr um das Überleben. Es wird Zeit, ein paar Ersche aufzureißen. Boah, da hinten ist einer. Ey, Bro. Was geht? Jeder Schuss sitzt. Okay, nicht jeder. Aber fast jeder. Wo willst du hin? Evelin, komm. Er ist ein Superschurke. Er hat auch Fähigkeiten. Du bleibst hier, Bro. Hä? Was ist denn los mit dir? Willst du außerhalb der Zone bleiben? Okay. Kein Problem. Dann bleib da. Viel Spaß. Ey, schade, Wildschwein. Ich dachte, du bist auf meiner Seite. Du hättest das Wildschwein von Thor werden können. 15 Sekunden nur noch. Komm schon, ich will noch einen killen. Da ist er. Da ist wirklich noch einer. Nein, aber ich werde es nicht mehr schaffen. Ey, wir haben nur noch zwei Sekunden Zeit. Und jetzt wird alles eingefroren. Es wird Zeit für die letzte Version von Thor. Dem Gott-Thor, Freunde. Macht euch bereit für ein Upgrade. Ladies and Gentlemen, here we go. Das ist er. Der Gott-Thor. Die finale Version für heute. Guckt euch seinen Hammer an. Ey, der ist zu gewaltig. Wir spielen nur mit goldenen Waffen gerade. Und ich glaube, da vorne ist schon einer. Kann das sein? Ich bin ehrlich ein bisschen vorsichtig. Boah, das sind jetzt alles super-mega-Hyper-Schurken hier. Die haben selber heftige Kräfte. Und achtet mal drauf. Falls wir einen Kill machen, dann werde ich mich mit Blitzen aufladen. Na, komm her. Stell dich mir. Guckt euch das an, Freunde. Ich bin jetzt der Donnergott. Wenn ich will, kann ich einfach so ein Tornado bestellen. Kein Problem. Oder ein Unwetter. Oh, kann ich vielleicht doch nicht. Was passiert hier gerade? Ich glaube, ich bin nicht aufgewärmt. Oh nein. Der Gegner ist auch super-stark. Oh oh. Der ist mega-super-stark. Was passiert hier gerade? Freunde, vielleicht haben wir doch ein Problem. Die Gegner sind zu stark gerade. Und ich kann Gotthorn noch nicht richtig einsetzen. Was gut ist, die sind gerade abgelenkt. Er ist down. Jetzt kommt es drauf an, Freunde. Werde ich es schaffen. Legt euch mit Gotthorn an. Boah, er kommt sogar. Oha, die meistern richtig ernst. Okay. Der erste ist down. Jetzt kommt es drauf an. Donnerpuntgun. Let's go, Freunde. Epischer Sieg. Was für eine Runde, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst wie immer gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt in die Kommentare rein, mit welchen Superhelden wir das Ganze noch machen können. Oder vielleicht sogar mit Superschurken. Ich bin gespannt drauf. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.